Woher wissen wir, ob eine Einflüsterung von Schaitan oder von einem Nafs von der eigenen Seele ist? Wer kennt den Unterschied? Wer weiß, woher wir ausmachen können, unterscheiden können, ob wir von Schaitan eine Einflüsterung erlebt haben oder ob das von unserem eigenen Nafs ist? Weil nicht an allem hat er Schuld, sondern manchmal ist es auch die Seele. Schaut mal, liebe Geschwister. Der Schaitan, ihm ist es gleichgültig, ob du diese oder jene Sünde machst. Ihm interessiert nur, dass du eine Sünde machst. Schau dir diese Frau an, schau dir diesen Film an, mach dieses, sag dieses Wort, lässt da über den. Ihm ist es gleichgültig, wie du die Sünde machst. Hauptsache, du machst eine Sünde. Von welcher Richtung die Sünde kommt, interessiert ihn nicht. Der Nafs aber, oder die Nafs, Allah-u-Alaam, An-Nafs auf Arabisch. Manche wollen ja mit dir streiten, ja. Er sagt dir, nein, das heißt der Nafs. Was ist der Nafs? Das eine ist Arabisch, das andere ist Deutsch. Wie können wir das miteinander mischen? Die Seele selber, sie versucht dich zu einer bestimmten Sünde zu bringen. Und darauf zu beharren. Was haben wir gesagt, was ist bei Schaitan? Er versucht dich hauptsächlich zu irgendeiner Sünde zu bringen. Was aber an Nafs anbelangt, zu einer bestimmten Sünde. Schaitan sagt dir, schau dir diese Frau an, rauch diese Zigarette, hör dir dieses Musiklied an. Hört ihr Musik? Halal bei euch. Und hier siehst du, dass ihm gleichgültig ist, was du für eine Sünde machst. Hauptsache du machst die Sünde, denn er weiß genau, was folgt nach einer Sünde. Was folgt nach einer Sünde? Eine weitere Sünde. Das ist so, wie wenn jemand herausgeht und er sagt, heute nehme ich mir vor, keine fremde Frau anzuschauen. Und er hat es vielleicht geschafft, ganze zwei Minuten. Möge Allah uns vor allen Wittern bewahren. Aber als er die erste Frau angeschaut hat, dann hat er auch gleichzeitig ihre Schwester angeschaut. Weil er hat sich gedacht, die Hemmung ist gebrochen, also mache ich. Und Schaitan weiß dieses ganz genau. Ein Nafs aber, liebe Geschwister, bringt dich zu einer bestimmten Sünde. Wenn du einen Raucher bist, rauch. Rauch die Zigarette, du brauchst sie. Auch wenn du sagst, a'udhu billah, rauch. Du wirst schon deinen Geschmack finden. A'udhu billah, rauch. Du weißt doch, wie harmonisch diese Atmosphäre ist, dass du sitzt, eine Tasse Kaffee trinkst und dabei eine rauchst. Und das sind doch Zeiten, die magst du rauch. Sie bleibt bei dieser Sünde. Das ist der Unterschied zwischen Schaitan und Nafs. Das ist der Unterschied zwischen Schaitan und Nafs.